Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der letzte Redebeitrag von Herrn Dr. Bartelt hat mich doch etwas zuversichtlicher gemacht, dass die Landesregierung und ihre Fraktionen dieses Thema tatsächlich ernst nehmen und auch angehen. In dem vorhergehenden Redebeitrag habe ich mir gedacht, jetzt weiß ich endlich, wie der hessische Weg geht. Wir schauen einmal, wir warten einmal ab, wir schauen einmal, wie viele Landärzte und Landärztinnen noch abspringen, und dann schauen wir einmal, was wir machen. Es ist schön, Sie sind durchaus bereit, und Sie sind auf einem Weg, aktiv zu werden. Ich denke, es ist dringend erforderlich. Die Hausärztinnen und Hausärzte sind notwendig. Ich denke, das haben jetzt schon mehr gesagt. Wir alle machen die Erfahrungen, insbesondere im ländlichen Bereich, dass Ärztinnen und Ärzte in Rente gehen. Es sind gerade 4.000 Ärztinnen und Ärzte in Hessen in der Grundversorgung. Jeder Zehnte sucht jetzt schon ganz aktuell und längere Zeit einen Nachfolger und eine Nachfolgerin. Die 300, die vorhin schon genannt wurden, sind schon vakant. Das Thema ist wirklich schon sehr deutlich und sehr prekär. Ich denke, das weiß jeder auch aus seinem eigenen Kreis. Ich habe mir das auch noch einmal angeguckt. Bei mir im Kreis Groß-Gerau gibt es Kommunen, die nur die Hälfte der erforderlichen Hausarzt sitze vor Ort. Es ist auch ganz schwierig, die Hausärztinnen und Hausärzte zu suchen. Viele nehmen gar keine Patientinnen und Patienten mehr auf. Zum Zweiten muss eine Arztpraxis auch deutlich kurzfristig erreichbar sein. Man kann vielleicht in einen Nachbarort fahren, aber man kann nicht, wie es den Menschen im Odenwaldzug gemutet wird, mit einem kranken Kind eineinhalb Stunden in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Das kann man weder den Eltern noch dem Kind noch den Mitfahrenden zumuten. Ich denke, uns fehlen wirklich die Grundversorgungsärzte, die Hausärzte, die Kinderärzte. Uns fehlen aber auch noch viele andere Psychiater, Psychotherapeuten. Ich denke, der Mangel trifft ganz besonders diejenigen Menschen, die auch in prekären Lebensverhältnissen leben. Wir brauchen eine Gesundheitsversorgung, die tatsächlich allen in Deutschland lebenden Menschen zugutekommt und die alle nutzen können. Um die allgemeinmedizinische Versorgung auf dem Land zu verbessern, schlagen wir Folgendes vor. Erstens. Die Zahl der Medizinstudienplätze muss in Hessen erhöht werden. Hessen liegt bei 1,4 Medizinstudierenden pro 1.000 Einwohnerinnen. Es müssten aber 1,5 bis 1,6 geben. Hier gibt es einen deutlichen Handlungsbedarf der Landesregierung. Da reicht nicht, diese Teilstudienplätze in ganz Studienplätze auszubauen. Das ist auf jeden Fall völlig unzureichend. Hier muss gehandelt werden. Die zusätzlichen Studienplätze sollten für Anwärterinnen und Anwärter bereitgestellt werden, die bereit sind, in die nicht-urbanen Gebiete täglich zu werden. Ihnen allerdings mit 250.000 € Strafe zu drohen, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich finde das ein bisschen übertrieben. Insbesondere, wenn die angehenden Ärztinnen und Medizinstudierenden sind noch weit weg davon, einmal Arzt und Ärztin zu sein, noch gar nicht wissen, wo es hingeht und wo es lang geht. Ich kann mir vorstellen, dass ein Medizinstudium sehr lang und sehr teuer ist und für wenige Kinder in Frage kommen, die geringe Einkommen haben. Es ist ein Studium für Kinder aus reichen Familien eindeutig. Ein Stipendium in Verbindung mit einer Landarzttätigkeit einzusetzen, sehe ich durchaus als überlegenswert und sinnvoll an. Drittens. Allgemeinmedizin muss an den Universitäten viel höher gewertet werden. Es muss Pflichtfach werden, damit Studierende überhaupt mit dem Fach im Studium zu tun haben und dass es auch als wesentliche Grundlage der Gesundheitsversorgung gewertet wird. Ich denke, innerhalb des Studiums wären schon viele Weichen zu stellen, um die Allgemeinmedizin höher aufzuwerten. Das wäre der vierte Punkt. Die Weiterbildung zum Facharzt in Allgemeinmedizin muss verbessert werden. Es muss mehr Praxen geben, in denen die Weiterbildung stattfinden kann. Und diese Praxen zu fördern, die sich auch dieser Aufgabe unterwerfen, das ist eine gute Sache. Diese Förderung sollte auch weiter vom Land aus gebaut werden. Der fünfte Punkt wäre die jüngeren Ärztinnen und Ärzte. Sie wünschen sich eine Arbeit, bei der Sie gerade in den ersten Berufsjahren Kolleginnen und Kollegen an der Seite haben. Ich denke, das ist eine deutliche Aussage von den jungen Kolleginnen und Kollegen. Sie haben auch oft nicht die Möglichkeit, das finanzielle Risiko einer Praxisübernahme zu gehen. Das heißt, Sie wünschen sich auch klare Arbeitszeiten. Ich denke, deswegen ist es wichtig, auch hier das Berufsbild in einem Veränderungsprozess zu beobachten. Es ist sehr wichtig und sehr deutlich, dass die Stärkung des ländlichen Raums in diesem Zusammenhang wichtig ist. Wer möchte denn auf das Land ziehen, wenn es dort keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt, wenn man seine Kinder überall mit dem Auto hinfahren muss, weil kein Bus fährt, wenn es keine Arbeit für die Angehörigen gibt, weil die vielleicht auch arbeiten wollen, wenn die Schulen schon abgebaut sind oder nicht mehr alle Schulen vorhanden sind, wenn Kita-Plätze fehlen, wenn Krankenhäuser fehlen, wenn Kultur fehlt? Wer möchte denn aufs Land gehen, liebe Leute? Die Stärkung des ländlichen Raums macht es doch so deutlich, gerade sonst werden wir keine Ärztinnen und Ärzte gewinnen, aber auch sonst keine Menschen gewinnen, die im ländlichen Raum tatsächlich wohnen wollen. Ein sechster Punkt ist, Gesundheitszentren und medizinische Versorgungszentren können Ärztinnen und Ärzte im Anstellungsverhältnis beschäftigen. Ich denke, das ist sinnvoll, gerade damit man eine Kollegialität hat. Ärztenetzwerke sind zu fördern. Auch die sprechende Medizin ist wichtig. Es gibt nie einen Mangel bei radiologischen Praxen, aber immer bei Allgemeinärzten. Es soll auch wieder Ärzte und Ärzte zurückgewonnen werden, weil mehr als 20 % in den anderen Bereichen tätig sind. Aber insgesamt haben wir die Situation, dass die gesundheitliche Versorgung in diesem Land seit einigen Jahren an die Wand gefahren wird. Seitdem es möglich ist, richtig Geld mit der Gesundheitsversorgung zu machen, drängt auch der ambulante Bereich mit einer profitorientierten Gesundheitswirtschaft auf den Markt. der eigentlich kein Markt sein dürfte. Gesundheitseinrichtungen sind dazu da, Menschen Gesundheit zu machen und mit versicherten Geldern wirtschaftlich umzugehen. Sie sind aber nicht dazu da, für private Konzerne Profite zu machen. Frau Kollegin, ich bedauere das sehr, aber Ihre Redezeit ist jetzt um. Ja, ich werde auch zum Ende kommen. Danke schön. Deswegen darf es auch keine medizinischen Versorgungszentren in den Handen der Gesundheitskonzerne geben. Wir werden den Gesetzentwurf der SPD in der Anhörung und in der weiteren Beratung beurteilen, ob dieser Ansatz hilfreich ist. Aber wir sehen auch eine ganze Reihe von weiteren Baustellen. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Danke schön. Danke schön.